Diese Hörerinnenversammlung ist durch die BAKU, die Basisgruppe, einberufen worden. Der Grund oder der Anlass ist große Unsicherheit über das Fortbestehen des Bachelorstudiengangs an der internationalen Entwicklung. Wir haben immer noch keinen festen Master und jetzt kommt dazu, dass der Bachelor abgeschafft werden soll am nächsten Semester. Es wird generell über unsere Köpfe hinweg entschieden, es werden unsere Stimmen nicht gehört. In diesem Studiengang, der seit 2009 besteht, sind sehr viele Studierende, über 1800 derzeit. Dennoch soll dieser Studiengang nach dem Wunsch des Rektorats abgeschafft werden. Allerdings gibt es bis heute keine definitiven Äußerungen. Wir wollen ein komplettes Studium, Master und Bachelor und wir wollen keine ständige Diskussion darüber führen, ob die Ehe überhaupt eine Daseinsberechtigung an dieser Universität hat. Die Studierenden, die bereits begonnen haben zu studieren, sollten die Möglichkeit haben, ihre Studien zu beenden. Allerdings ist die Abschaffung eines Studiums ein doch denkbar schlechtes Zeichen auch für jene, die das Studium abschließen können. Ganz abgesehen davon, dass offensichtlich sehr großes Interesse an diesem Studiengang betät unter Maturanten und Maturantinnen. Und das Studium ist einmalig im deutschsprachigen Raum, wenn es uns nicht mehr liegt, mit unserem Grundlagenbachelor, dann wird die Entwicklungstorschung und die Universitäre ein kleines Maße wollen für andere Fakultäten werden und nicht mehr ein tatsächliches Studium für alle. Die Abschaffung eines Baccalaureats hat in dieser Größenordnung vor allem, hat selbstverständlich auch Nebenfolgen. Wohin gehen die Studierenden, die eigentlich vorhalten, internationale Entwicklung zu studieren? Sie werden in andere Fächer gehen, beispielsweise in die Politikwissenschaft, die, wenn man die Studierendenzahlen ansieht, auch nicht gerade unterbesetzt sind. Das heißt, das Argument, dass dieses Studium nicht finanzierbar ist oder sei, ist nicht hundertprozentig schlüssig. Denn die Finanzierung der Studien in anderen Bereichen müssen auch bezahlt werden. Was hier fehlt, ist eine grundsätzliche Entscheidung für die internationale Entwicklung, auch durch ein Baccalaureatstudium. Und wir müssen dringend was dafür tun. Und nicht nur für uns, sondern auch für die Studenten, die nächstes Jahr präsentiell vom Verschlossenen Türen stehen. Oder für die, die ihr Bachelorstudium nicht zu Ende bringen können, weil es einfach hart geschafft wird. Die internationale Entwicklung ist ein interdisziplinäres Studium, das verschiedene Disziplinen bei uns vor allem Soziologie, Politikwissenschaft, Ökonomie, Geschichte, Geografie, aber auch andere Disziplinen wie die Rechtswissenschaft oder die Sozialanthropologie verbinden will, um im Gegenstand die Beziehungen zwischen den reichen und den armen Ländern, Nord-Süd-Beziehungen, zu erforschen. Die Zusammenarbeit auf diesen Gebieten ist nicht immer einfach, aber eine sehr interessante und fruchtbare. Die Berufsfelder, die einem Studierenden, einer Studierenden der EE offen stehen, sind vielfältig. Absolvent in Arbeiten für NGO, nationale Organisationen, in vielen Fällen auch in Firmen, im Politikbereich und auch im Journalismus, die diese berufsbezogene Ausbildung umfasst selbstverständlich neben den interdisziplinären, also den einzelnen Disziplinen etc. auch die vertiefte Beschäftigung mit der Entwicklungszusammenarbeit, mit den Problemen und den Herausforderungen, die sich in diesem Feld stellen. Beim jetzigen Stand ist es nicht möglich, dieses Studium noch weniger aufrechtzuerhalten mit den gegebenen finanziellen Mitteln, vor allem aber mit den personellen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Vielen Dank.